In dem Hollywood-Streifen-Minority-Report aus dem Jahr 2002 wird ein dunkles Szenario gezeichnet. Eine Abteilung der Washington-Polizei mit dem Namen Pre-Crime soll mittels Vorhersagen Morde verhindern. Die Pre-Cogs, Fabelwesen, die in der Abteilung aktiv sind, haben hellseherische Fähigkeiten und sehen durch Visionen künftige Verbrechen. Was damals unmöglich und zugleich erschreckend erschien, wird heute durchaus erprobt und eingesetzt. Technologien sollen Vorhersagen über künftige Verbrechen treffen, um es Ermittlungsbehörden zu ermöglichen, vor der Tat am Tatort zu sein. Predictive Policing nennt sich diese Form der Verbrechensbekämpfung. Wie das genau funktioniert und was das für die Verbrechensbekämpfung bedeutet, das klären wir jetzt mal mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Er bringt ja immer wieder netzpolitische Themen mit, hübsch aufbereitet und für euch nochmal verständlich zusammengefasst. Ich sage guten Tag, Herr Sander. Guten Tag. Hi. Predictive Policing, vor der Tat am Tatort sein. Was genau soll das sein und vor allen Dingen, wie funktioniert das genau? Also ein bisschen wie in diesem Film, nur eben ohne diese Fabelwesen. Also man versucht durch Datenanalysen herauszufinden, wo künftige Verbrechen passieren. Dafür nutzt man eben vorhandene Daten, schüttelt die ein bisschen durch und dann kommt eben ein Algorithmus, der einem sagt, möglicherweise wird in diesem Gebiet ein weiteres Verbrechen stattfinden. Also sehr bekannt ist das etwa bei Einbrüchen, dass es da eben vor allen Dingen im Bereich organisierte Kriminalität ja so Banden gibt, die dann bestimmte Viertel abgrasen. Und darüber will man dann eben erkennen, Muster erkennen und Vorhersagen darüber treffen, wo künftig Verbrechen stattfinden. Und dadurch kann man dann eben zum Beispiel Streifenwagen an den entsprechenden Ort schicken und will so Verbrechen verhindern. Das ist zumindest die Theorie. Also mittels Algorithmen wird das dann ausgewertet, wann und wo ein Verbrechen passieren könnte. Wie funktionieren diese Algorithmen genau? Also man nimmt eben die Datengrundlage von dem, was bisher passiert ist. Also man nimmt zum Beispiel alle Einbrüche in einem bestimmten Gebiet, trägt die dann eben in eine Software ein und dann kommt eben der Algorithmus und wertet das aus. Also man kennt das vielleicht so aus einer klassischen Polizeiarbeit, so wie man das vielleicht auch mal am Tatort sieht oder sowas, dass die halt vor so einer großen Stadtkarte stehen und dann mit so kleinen Nadeln irgendwie da irgendwie was reinstecken und damit nachvollziehbar machen, wo zum Beispiel sich bestimmte Leute entlang bewegt haben oder wo eben bestimmte Gruppen aktiv sind. Und im Grunde wird das digitalisiert und dann soll eben durch einen Algorithmus künftig auch noch ausgespuckt werden, wann jetzt in Zukunft ein Verbrechen stattfinden soll. Die aktuellen Technologien, die da zum Beispiel auch in Deutschland eingesetzt werden oder beziehungsweise getestet werden, machen dann so Vorhersagen wie in den nächsten drei bis sieben Tagen wird wahrscheinlich in diesem Gebiet ein Einbruch stattfinden. Also es ist jetzt auch nicht besonders präzise, was da rauskommt, aber so in etwa funktioniert das. Wird diese Technologie schon richtig eingesetzt? Also in Amerika wird das sehr breitflächig eingesetzt, auch schon seit vielen Jahren. In Deutschland macht man da erste Testergebnisse. Also hier werden seit einigen Jahren in verschiedenen Städten eben Projekte durchgeführt, Forschungsprojekte, wo man eben die Technologie oder die Software einfach kurz ausprobiert und dann halt eben evaluieren will, ob dann da tatsächlich was verbessert wurde. Also viele Städte, Köln, Nürnberg, haben diese Software aus den USA eingekauft und benutzen die. In Berlin zum Beispiel hat man dann eine eigene Software entwickelt, wo man dann eben hier vor allen Dingen eben Einbrüche aufklären will. Ja, du hast eben gesagt, ja in den nächsten drei bis sieben Tagen könnte hier etwas passieren. Wie erfolgreich sind denn diese Projekte oder Programme eigentlich? Also das wird unterschiedlich bewertet. Die Hersteller sagen natürlich, dass es alles total super ist. Hier werden Zahlen angegeben, dass 20 bis 30 Prozent weniger Verbrechen stattfinden. Schaut man sich das dann aber genauer an, dann merkt man, dass es eigentlich vor allen Dingen Werbung ist, die hier gemacht wird und dass es um den Verkauf von Produkten geht. Also selbst vom LKA wird gesagt, die eben diese Technologie testen, dass hier keine Vorhersagen eigentlich gemacht werden können, wie erfolgreich diese Programme sind. Also man kann das nicht wirklich einschätzen. Das führt natürlich zum Beispiel dazu, dass wenn man jetzt so ein Programm einsetzt, sagen wir mal in Köln, dass ich dann das Verbrechen eigentlich relativ schnell zum Beispiel nach Düsseldorf verlagern könnte. Also man vertreibt vielleicht das Verbrechen nur. Man kann eben nicht genau sagen, ob das jetzt tatsächlich dazu führt, dass weniger Verbrechen stattfindet. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dadurch nicht mehr Verbrechen verhindert wird, weil eben die Vorhersagen so unpräzise sind, als dass man eben den Täter nicht wirklich auf frischer Tat ertappen kann. Also das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, dass man eben Leute auf frischer Tat ertappen kann und im Vorfeld irgendwie stoppen kann. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, weil wie gesagt, die Angaben auch relativ unpräzise sind. Und man braucht natürlich am Ende des Tages auch immer Personal. Also man braucht erstmal Personal, die das auswerten, was der Algorithmus rausspuckt. Auch hier hat man eben immer wieder festgestellt, dass da Ergebnisse kommen, die also für Polizisten nicht nachvollziehbar erscheinen. Und deswegen wird da nicht irgendwie aktiv, wird man da in dem Bereich nicht aktiv. Oder man muss halt eben tatsächlich dann auch Leute da hinschicken, die dann eben in dem Zeitraum von drei bis acht Tagen, 24 Stunden am Tag da eigentlich Streife fahren. Und das sind ja meistens doch auch relativ große Gebiete. Also von daher, man kann eigentlich, was den Erfolg betrifft, überhaupt nichts Konkretes sagen. Und tendenziell kann es eher eben dazu führen, dass hier Verbrechen einfach verlagert wird. Und natürlich, dass man vielleicht auch bestimmte Verbrechen übersieht, weil man ja eben nur die Daten reinfüttern kann, die man hat. Dann dadurch konzentriert man sich vielleicht auf bestimmte Gebiete und lässt andere Sachen komplett aus dem Blick fallen. Von daher entsteht dadurch natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass bestimmte Verbrechen komplett übersehen werden. Predictive Policing, wir haben euch ja auch hier, damit wir das Ganze nochmal auch durchschauen und auch hinter die Kulissen gucken, was spricht vielleicht auch gegen den Einsatz einer solchen Technologie. Sind dadurch unsere Grundrechte eventuell in Gefahr und werden wir dadurch ständig überwacht? Also wenn es jetzt erstmal nur um sowas wie Einbruchssachen geht, also wenn man in diese Datenbank einfach nur reinfüllt, also es gab heute eben einen Einbruch in der in der Straße, das und das wurde mitgenommen, dann ist das jetzt erstmal nichts Sensibles. Aber wenn man eben auch hier wieder vor allen Dingen in die USA schaut, dann werden diese Datenbanken auch zum Beispiel mit Informationen aus sozialen Netzwerken gefüttert, mit Informationen von Personenkontrollen, mit weichen Daten sozusagen, die auch nicht wirklich verifizierbar sind. Also diese Daten werden mit sehr viel personenbezogenen Daten angereichert. Dort gibt es mittlerweile auch schon solche Technologien und Algorithmen, die eben Vorhersagen über das Handeln von bestimmten einzelnen Personen machen. Also dass hier eben so eine Art Gefährder-Datenbank entsteht und dann eben vorhergesagt wird, diese Person wird in den nächsten fünf Tagen das und das Verbrechen begehen. Und da wird es natürlich hochsensibel, wenn wir eben diese Datenbanken auch mit personenbezogenen Daten anfüttern. Hier geraten unsere Grundrechte unter Druck. Und das ist natürlich auch immer eine Entwicklung, die wir in diesem Sicherheitsbereich sehen. Solche Technologien werden eingeführt und dann wird relativ schnell eben eine Ausweitung hinterher geschoben. Also wenn man jetzt eben zum Beispiel so einen Algorithmus auf den Weg bringt, um solche Einbruchsdiebstähle zu verhindern, dann ist es relativ klar, dass wenn eben sowas eingeführt wird, dass dann schnell danach zum Beispiel Innenminister fordern, hier diese Datenbank dann eben auch für sowas zu nutzen, Personen damit oder Vorhersagen über das Verhalten von bestimmten Personen eben zu treffen. Und deswegen ist da eine riesengroße Gefahr, die hier sozusagen auf uns zukommt, dass hier eben auch personenbezogene Daten verwertet werden sollen. Nun wird diese Technik sicher in den nächsten Jahren immer ausgefeilter werden. Man versucht neue Ansatzpunkte zu finden, auch in Gesichtern. Haben wir auch schon ein bisschen vorhin angerissen. Wollen wir mehr von dir erfahren? Ja, wird es in diesem Bereich weitergehen? Was könnte da noch auf uns zukommen? Also relativ gruselig wird es, wenn man da zum Beispiel nach China guckt. Dort hat jetzt so eine Forschergruppe versucht herauszufinden, ob man an dem Gesicht erkennen kann, ob es sich um einen potenziellen Straftäter handelt. Also man hat eine Gesichtserkennungssoftware entwickelt und die soll dann eben ein Gesicht scannen und dann eben sagen, ja, das wird auf jeden Fall mal jemand sein, der hier eine Straftat begehen wird. Den müssen wir wahrscheinlich dann einfach präventiv schon mal ins Gefängnis stecken. Und hier, das zeigt eben, wohin die Entwicklung in diesem Bereich geht, dass es eben einfach nicht nur darum geht, jetzt ein Gebiet zu überwachen wegen Einbrüchen oder ähnliches, sondern dass es halt sehr in die Richtung geht, Personen zu identifizieren und eben auch mit solchen absurden Methoden, wie eben zum Beispiel, dass man anhand eines Gesichts erkennen könnte, ob jemand eine Straftat begeht. Also die Gedanken, die da auch in den Leuten vorgehen, die sowas erforschen, ist natürlich sehr, sehr gruselig. Und es gibt natürlich offensichtlich auch auf der anderen Seite immer wieder Leute, die sowas abnehmen, Ermittlungsbehörden, die sowas kaufen wollen, wie eben zum Beispiel in den USA, die da sehr stark in diese technologisierte Überwachung gehen. Auch in Großbritannien ist man da sehr aufgeschlossen, was sowas betrifft. Und wenn solche Märkte einmal erschlossen sind, dann kommt sowas dann auch relativ zügig, früher oder später auch zu uns. Und das ist natürlich die elementare Gefahr, dass hier dann eben Algorithmen darüber entscheiden, ob jemand künftig ein Verbrechen begehen wird und der dann mit massiven Überwachungsmaßnahmen und damit natürlich auch sehr großen Grundrechtseinschritten konfrontiert ist. Ja, wenn es in ein paar Jahrzehnten dann gang und gäbe ist, haben wir wenigstens vorher schon mal darüber gesprochen. Ja, immerhin. Technologien sollen vorhersagen. Über künftige Verbrechen treffen. Wir haben heute über Predictive Policing gesprochen. Alexander vom Verein Digitale Gesellschaft war hier. Alles auch gerne nochmal nachlesen. Alle Themen, die ihr aktuell on board habt, gibt es bei digitalegesellschaft.de. Vielen lieben Dank und dir einen schönen Tag. Danke euch auch. Flux FM In digitaler Gesellschaft